Hi, Penner im Auto hier. Ich lebe seit fast zwei Jahren in meinem Auto und möchte eine Roomtour von meinem Fahrzeug geben. Ich dachte mir, das dürfte bestimmt interessant werden. Wenn du irgendwelche Gedanken hast, schreib sie mir bitte in den Kommentaren. Mich würde sehr interessieren, was du davon hältst. Zunächst, das Auto ist ein Stealth Camper, weil ich mich gerne überall hinstellen und campen will. Also das bedeutet, dass man von außen einfach möglichst wenig erkennt, dass es sich hierbei um ein Wohnmobil handeln soll. Als Fahrzeug habe ich einen Opel Movano L2 H2 genommen, weil ich den sehr günstig geschossen habe und er auf dem Renault Master basiert, der sehr zufällig sein soll. Der ganze Camper ist komplett selber gebaut. Das hat den Vorteil, dass man extrem viel aus dem Platz herausholen kann und alles perfekt zugeschnitten bekommt. Ein weiterer Bonus ist natürlich, dass es spottbillig ist. Insgesamt stecken im Auto ungefähr 3000 Euro drin, so wie er hier steht. Ich habe zwar weit über 7000 ausgegeben, jedoch nur um vieles zu probieren, was dann auch wieder rausgeschmissen wurde. Was genau alles Geldverschwendung ist, werde ich dir zu jedem Thema im eigenen Video zeigen können. Auch beim Bauen kann man sehr viel sparen. Ich hatte lediglich bei der Elektronik am Anfang Hilfe von einem Elektriker. Und bei der Installation des ersten Solarpanels hat ein Mechatroniker mitgeholfen, bis ich gemerkt habe, wie leicht das alles eigentlich ist. So, zunächst, was ich dir raten würde, bevor du irgendetwas reinbaust, die akustische Isolierung nach außen hin ist bei so einem Camper extrem wichtig. Weil du wirst bestimmt hin und wieder direkt an der Straße stehen müssen. Auch wenn du mit anderen Campern über Stellplätze sprichst, beschweren sie sich immer über die Lautstärke, weil fertige Camper sind diesbezüglich einfach billig gebaut. Man hört Geräusche von außen, aber auch außen hört man alles, was drin geschieht, wenn man die Schubladen bedient oder herumläuft. Wenn du das ganze Auto mit einem 19mm Armaflex und dahinter noch Alubutylplatten isolierst, wirst du es sehr zu schätzen wissen. Übernachte mal einfach zum Testen im leeren Transporter, dann fällt dir auf, wie sehr das Türknallen und wie sehr andere Fahrzeuge einfach nerven können. Aber zu der Isolierung kommt dann auch noch mehr im eigenen Video. Die Wände sind alle mit quer installierten Leisten behandelt, damit die Angriffsoberfläche für die Kälte von außen so minimal ist wie möglich. Das Auto ist tatsächlich für minus 20 Grad ausgelegt. Die Leisten sind immer noch sichtbar, weil ich regelmäßig Kabel ziehe oder Sachen installiere. Das kommt dann später irgendwann, doch die Leisten haben sich als sehr nützlich erwiesen, weil man sich da auch super dran festhalten oder Sachen befestigen kann. Die einzigen Fenster, die es bei meinem Auto gibt, sind die auf der Rückseite. Das war am Anfang der einzige Grund, der gegen das Auto sprach. Die Fenster sind natürlich auch mit Armaflex-Isolierung behandelt. Am Anfang nutzte ich die locker angebrachten Platten noch, um morgens rauszuschauen. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr und sie sind komplett abgedichtet. Die Fenster in einem Transporter werden von den meisten Leuten eh immer dicht gemacht und die sind natürlich ein super Angriffspunkt für, wenn ihr mal in einer kälteren Umgebung steht. Deswegen wollte ich unbedingt keine Fenster haben. Kommen wir endlich zum Innenraum. Ich habe fünf Lichter verteilt, damit alles beleuchtet wird. Die Lichter sind warm. Das war mir sehr wichtig, weil ich das sehr angenehm finde und sie mich nicht wach halten. Das ist die Kelvin-Zahl, die man immer auf den Produktbeschreibungen lesen kann. Meine liegen bei 5000 K, was wie dem warmen Licht eines Feuers ähnelt. Das ist halt richtig traumhaft. Viele Leute erschrecken sich, wenn ich die Tür aufmache, weil sie nicht erwarten, dass da eine kleine Wohnung drin ist. Hier vorne haben wir zunächst die Küche mit Gas, Essenslager, Töpfe und so weiter. Ich benutze einen mobilen Gaskocher, weil ich auch gerne mal draußen koche und damit Gaskontrollen beim TÜV zum Beispiel entfallen. Die Größe vom Essenlager ist für eine Person gedacht. In Tschechien ist mir auch schon mal das Essen ausgegangen. Da muss man drauf achten. Einen Kühlschrank habe ich nicht, weil ich auch früher höchstens Senf drin hatte. Ich habe eine ganz eigenartige Ernährung. Das ist auch praktisch beim Sparen, dass man keinen Kühlschrank hat, weil die fressen halt viel Energie. Wenn man einen Kühlschrank haben, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Man bräuchte dann halt ein bisschen mehr Solarpanel auf dem Dach. Ich würde das garantiert auch hinbekommen können. Zusätzlich habe ich neulich für Vorratspaletten eine Stelle eingerichtet, da ich zur Ukraine gefahren bin und da aushelfen wollte. Dann kommt die Spüle mit einer Fußpumpe für das Wasser. Das verbraucht extrem wenig, ist leise, das war mir wichtig und braucht keinen Strom. Man ist dann halt nicht vom Strom abhängig. Empfehle ich sehr. Einziges Problem ist, dass das Wasser nicht reicht, um gut abzulaufen in der Spüle. Die Spüle ist dafür konzipiert, dass da halt literweise durchfließt und ohne diese Wassermenge sammelt sich immer so eine feine Seifenschicht drauf, die dann irgendwann ekelhaft aussieht. Also die hat eine erhöhte Pflegebedürftigkeit. Da hätte ich vielleicht später irgendwann mal gern eine Spüle, die mehr wie so ein Trichter geformt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das hilft. Oben habe ich noch andere Sachen wie Tabletten, Tee, Tassen und Süßigkeiten, was bei mir Rosinen sind. Die oberen Schränke, die sind noch nicht zu, weil vorher baue ich noch eine weitere Lüftungsidee rein, womit ich den ganzen Raum belüften kann. Danach kommt im unteren Bereich ein Lager mit einem Fach, das ich durch die Hintertür nach außen rausziehen kann. Die Fächer sind alle zugeschnitten. Das ist der Vorteil vom selbstgebauten Camper, wie ich bereits am Anfang erwähnt hatte. Das spart extrem viel Platz und nichts fliegt bei der Fahrt herum. Das ist traumhaft. Daneben kommt die Toilette. Das ist eine Trockentrenntoilette. Die ist sehr leicht zu pflegen und die hat den höchsten hygienischen Standard. Ich nenne sie auch gerne mal die Astronautentoilette. Da gibt es auf jeden Fall ein eigenes Video zu, wie ich die aufgebaut habe, wie die funktioniert. Da drüber ist mein Sofa. Die Rückenlehne kann ich runterklappen, um dann noch mehr Platz zu haben. Aber natürlich kann ich die Lehne auch ganz nach vorne über die Spüle stellen. Dann habe ich somit ein vollwertiges, großes Bett. Hier gibt es extra Anschlüsse für Handys und Haken, um es sich richtig bequem zu machen. Zusammen mit den Knöpfen hier für die Ventilatoren des Raumes ist es perfekt, um beim Schlafengehen noch schnell zu lüften, während man die Heizung ausschaltet. Da drunter ist noch eine weitere kleine Abstellkammer mit Reinigungsmitteln zum Putzen. Da drunter dann noch ein Sack mit alter Wäsche und ein großer Tank für die Heizung, weil in manchen Ländern Diesel sehr teuer sein kann. Das muss nicht unbedingt sein und ist Geschmackssache. Ich habe das auch momentan zum Testen drin. Ich bin mir noch nicht sicher und baue ihn vielleicht zurück, weil der sehr viel Platz wegnimmt, muss man einfach sagen. Hier ändert auch die Heizung, die die Luft in den kompletten Raum verteilt. Zur Heizung gibt es natürlich auch ein eigenes Video. Aber vorab kann ich sagen, dass die Luft vorne kalt angesaugt und hinten warm ausgestoßen wird. Das ist ein Lüftungskonzept, damit muss man sich auseinandersetzen. Wenn das Bett ausgeklappt ist, schießt die warme Luft morgens direkt ins schöne Bettchen rein, was der absolute Wahnsinn ist. Ich schlafe persönlich tatsächlich lieber hier im Bett als in einem Haus oder in einer Wohnung. Weil hier hat man alles griffbereit und das ist einfach perfekt ausgestattet. Daneben gibt es eine kleine Sitzecke, weil ich nicht wusste, was ich mit dem Platz anfangen soll. Manchmal sitze ich hier, oftmals wird das aber als Ablage verwendet. Ich hatte überlegt, mir ein Hundehäuschen hinzubauen. Hier ist auch die Steuerung für Heizung, Hygromete und ein Kohlenstoffdioxid-Messgerät. Darüber ist mein Bücherregal, in dem sich Papierkram und noch Elektronikzeugs beverbirgt. Hier gibt es noch einen Vorhang für den hinteren Raum, den ich zuziehen kann, der dann das Bett zu einem kleinen Raum macht, wodurch die Heizung ein sehr leichtes Spiel hat, diesen Raum warm zu kriegen. Das ist perfekt, um morgens an Wintertagen aufzuwachen. Ebenfalls gibt es hier eine Extralampe mit kaltem blauen Licht, die direkt mit dem Solarpanel verbunden ist. Weil, wenn ich abends schlafen gehe und die Sonne nicht mehr scheint, schalte ich diese Lampe ein, die zunächst nicht leuchtet, weil die Sonne nicht scheint. Morgens aber, wenn die Sonne rauskommt, fängt sie langsam an, Licht herzugeben und mich aufzuwecken. Was einfach nur genial ist, das kann ich jedem empfehlen. Man wird halt auf natürliche Art und Weise geweckt und ich habe das Gefühl, die innere Uhr dankt einem. Wie du merkst, schlafen gehen und aufstehen sind bei mir penibel geplant, damit ich auf jeden Fall jeden Tag topfit bin. Ich schlafe, wie gesagt, tatsächlich viel lieber im Auto als im Haus. Diese kleinen Waschtücher hier haben sich ebenfalls als sehr praktisch erwiesen, da ich mich morgens direkt abputzen kann, noch bevor ich das Bett verlasse, was ich sehr empfehle. Dann kommt der Kleiderschrank. Der dient gleichzeitig auch als Trennstück des Raumes. Auf dem Lesestuhl hier hinten kann man jemand sitzen, während vorne jemand an der Drehkonsole sitzt und man sich nicht gegenseitig ständig ansehen muss oder das Licht des anderen ertragen muss. Aus Privatsphäre braucht irgendwo jeder Mensch und falls man mal zu zweit oder sogar zu dritt hier unterwegs ist, kann man so eine Trennung schaffen. Unter dem Kleiderschrank sind alle möglichen Werkzeuge. Dies ist ziemlich viel und kann später verkleinert werden. Doch momentan finde ich es einfach unheimlich praktisch, jederzeit auch unterwegs einfach am Auto bauen zu können. Darüber ist eine kleine Sitzbank, die man ausziehen kann. Dies ist sehr stabil, obwohl es nicht so aussieht und vor allem extrem platzsparend. Darüber folgt dann der eigentliche Kleiderschrank, der mit Postkarten der besuchten Orte vollgeballert ist. Unten gibt es eine kleine Öffnung, die ich im Winter benutze, um meine Hausschuhe für die Nacht zu verstauen und Socken aufzuhängen, damit ich morgens halt nicht den kalten Boden berühren muss. Der Kleiderschrank ist von innen auch komplett zugebaut, natürlich, mit Pflegeutensilien und Spiegeln. Hier kann ich mir sogar selber die Haare schneiden. Da kam ich irgendwann auf die Idee, so etwas zu bauen, weil wenn es mal notwendig ist, wie zum Beispiel in Südfrankreich in der Pampa oder zu Corona-Zeiten, dann habe ich hier die Option, was echt cool ist. Oben im Schrank befindet sich noch die Dachentlüftung. Die habe ich vor relativ kurzer Zeit installiert. Nach unglaublich heißen Tagen war mir klar, dass ich so etwas installieren muss. In Tschechien letztes Jahr war es besonders schlimm und die Lösung ist, dass die heiße Luft nach oben steigt, dass die dann dort abgesaugt werden kann, ohne dass ich irgendeine Tür aufmachen muss, weil Stealthcamper. Eine Klimaanlage kam für mich nicht in Frage. Ich mag die Luft nicht und die fressen auch Unmengen an Strom. Die meisten Klimaanlagen, die man auf Campern sieht, das sind Klimaanlagen, die nur betrieben werden, wenn das Fahrzeug am Netzstrom angeschlossen ist. Dahinter kommt noch ein weiterer Tisch, den ich von der Wand runterklappen kann. Unter diesem Tisch ist die Technikabteilung, wie meine Internetverbindung, mein Anschluss für den Normalstrom, an einem Inverter und meine alte Spiegelreflexkammer, die übrigens sehr nützlich ist, wenn ich mal auffliege und gefragt wird, was ich denn hier tue. Die hat mir mehrfach meinen Hintern gerettet. Wenn jemand klopft, nehme ich instinktiv die Kamera in die Hand und steige mit ihr aus und erkläre mich halt als Fotograf. Alle lieben Fotografen, das funktioniert super. Die freuen sich, dass man deren Umgebung erforschen will und fragen, ob man fürs ARD arbeitet und so. Das ist einfach super. Darunter sind dann noch elektronische Schaltungen. Hier kommen die Solarpanel an, hier sind die Sicherungen, Ladeboosters hier, der den Strom von dem Motor nehmen kann, um die Batterie zu laden. Hier ist der Solarkontroller, der führt halt zur Batterie auch. Hier herrscht immer Chaos, weil ich zum Herumprobieren oft Sachen ändere. Ich habe momentan zum Testen eine Entlüftung im Vorderraum, die vielversprechend ist, die die Luftfeuchtigkeit abziehen soll, ohne dass ich halt die Fenster öffnen muss. Ebenfalls ist hier Platz für eine zweite Batterie, die ich aber bisher noch nicht benötigt habe. Stattdessen lagern dort halt momentan meine Schuhe. Die aktuelle Batterie, das sind 140 Amperestunden. Wenn mal die Sonne drei Tage nicht scheint, dann wird es knapp. Daneben passt da noch meine Hantel hin, die natürlich mit Holzbalken gesichert ist. Hier im Auto darf während der Fahrt einfach nichts rumfliegen. Und auch Richtung Slowakei zum Beispiel. Die Straßen sind ja uneben, ihr müsst damit rechnen, dass alles ordentlich durchgeschüttelt wird. Der Monitor hier an der Seitenwand des Kleiderschranks wurde noch nie benutzt. Das ist eine der Sachen, bei denen ich dachte, das wäre eine geniale Idee, doch es erwies sich als einfach nicht praxisnah. Das Anschließen am Laptop nervt und der Stromverbrauch lohnt sich einfach nicht, nur um ein paar Pixel mehr zu sehen. Zudem ich mit dem Rücken zur Windschutzscheibe sitzen würde, was ich bei der Arbeit einfach als super unangenehm empfinden würde. Stattdessen kam ich vor kurzem in Menton, Frankreich war das, das ist neben Monaco, sehr empfehlenswert, da müsst ihr unbedingt mal hin. Da kam ich auf die Idee, den Tisch zu erweitern, sodass ich bei der Arbeit halt vorwärts zu der Scheibe sitze und rausgucken kann. Das ist echt geil. Daneben sind wir dann auch schon beim doppelt isolierten Vorhang. Also das sind thermische Vorhänge, zwei Stück aneinander genäht. Hier geht es durch zur Fahrerkabine. Die Isolierung ist sehr wichtig, natürlich, weil man kann die Fahrerkabine vorne nicht vernünftig isolieren. Wenn man es versucht, dann verbaut man sehr viele Sachen, weil die Fahrerräume sehr kompakt sind und es passen einfach keine Isolierungen mehr hin. Deswegen habe ich mich entschlossen, hier einfach eine Stoffwand aufzubauen. Ich habe hier lange herumprobiert, hatte sogar mal zeitlich eine Rettungsdecke da rein installiert. Letzten Endes habe ich mich für die doppelte Stoffisolierung entschieden, da sie die Wärme gut zurückhält, jedoch gleichzeitig trotzdem noch Luft nach vorne durchlässt, damit die Luftfeuchtigkeit von dem warmen Wohnraum nach vorne in den kalten Fahrerraum transportiert werden kann. Mehr zu dem Thema Lüftungskonzept und Luftfeuchtigkeit und Wärme gibt es dann in einem eigenen Video. Vorne ist dann halt der Fahrerraum. Damit Einbrecher nicht angezogen werden, ist dieser weder schön gemacht noch mit irgendwelchen Technik-Sachen ausgestattet. Ganz im Gegenteil, hier liegt nie etwas rum, das ist ganz wichtig. Es sieht ja eigentlich sogar billig und dreckig aus hier. Das ist ein Sicherheitsaspekt zum Thema Sicherheit, gibt es auch noch ein Video. Die vordere Fahrerkabine ist für mich so etwas wie mein Windfang. Weil das Auto halt ein Stealthcamper ist, steige ich so gut wie immer vorne ein und aus. Wie gesagt, sind überall Haken installiert. Ich hatte das vor dem Bau bereits gesagt bekommen, aber nach all den Monaten ist mir immer näher aufgefallen, wie extrem wichtig Haken sind. Ja, noch eine Sache. Der Boden ist mittlerweile mit einem günstigen Teppich ausgelegt. Insgesamt liegt dieses Stück Teppich vielleicht bei 3 Euro. Das habe ich zunächst zum Testen gemacht und so wie es ausschaut, werde ich das auch beibehalten. Unter dem Boden ist unter der harten Bodenplatte noch eine komplette Fläche von Amaflex installiert. Doch die massive Bodenplatte schert sich einfach nicht darum. Die ist einfach kalt und man muss sehr lange heizen, bis diese warm wird. Deswegen ist der Teppich nützlich. Vorher hatte ich noch Kork und andere Sachen ausprobiert, doch der Teppich ist für mich persönlich eindeutig die beste Wahl. Diese ganzen Fußleisten hier haben immer wieder so kleine Lücken. Das ist sehr wichtig, um dahinter richtig putzen zu können. Da hatte ich am Anfang gar nicht dran gedacht. Irgendwann in Schweden, wo ich dauernd Sand und Staub reintrug, kam ich auf die Idee. Wenn ich einmal die Woche alles fege, rolle ich den Teppich zusammen und nehme den ganzen Staub unter den Holzkonstruktionen gleich mit raus. Das ist super easy und eine Generalreinigung des Raumes dauert damit 5 Minuten. So, gehen wir mal raus. Von außen sind die auffälligsten Merkmale Solarpanel, der Hundeaufkleber, der Ausgang der Heizung und im Kabinenraum noch die Vorhänge, die halt als Rückwand da sind. Wohnmobilbegeisterte Leute erkennen manchmal, dass es sich hierbei um einen Stealthcamper handelt, aber so gut wie alle normalen Menschen erkennen gar nichts. Die denken, das ist ein normaler Transporter. Selbst Einbrecher, die vorher das Auto ganz genau inspizieren, scheinen nicht zu merken, worum es sich hierbei handelt. Einzig der Hundeaufkleber hinten an der Tür sorgt dafür, dass Einbrecher vorher klopfen und vorsichtiger sind. Dafür ist der Aufkleber auch da, der ist ziemlich genial. Auf dem Dach sind noch die Solarpanel, insgesamt fast 500 Watt in Reihe geschaltet, die halt an der 140 Amperestunde Batterie angeschlossen sind. Ich hatte noch einen Kumpel, das ist sehr interessant, der verkauft eben diese Solarpanel und der hat mir geraten, dass ich nicht die 12 Volt Version kaufen soll, wie sie überall angepriesen werden, sondern gleich die 230 Volt Version nehmen soll. Das hat den Hintergrund, dass die höhere Voltzahl halt leichter durch die Kabel fließen. Doch wegen zum Beispiel dem Aufwachlicht drin und anderen Umständen habe ich mich doch für die 12 Volt Version entschieden. Insgesamt können mit dem Auto drei Leute reisen. Zwei können im Bett und einer könnte auf dem Boden schlafen. Vorne sind auch drei Sitzplätze frei. Nur die Bewegung im Auto ist mit bereits zwei Personen recht schwierig, weil ich wusste, dass ich die meiste Zeit alleine reise und möglichst viel Platz rausholen wollte. Dadurch ist der Gang im Auto nur 50 Zentimeter breit. Die Höhe ist ideal für mich. Ich bin 1,80 groß. Ich stoße nie an die Decke. Ich habe aber auch darauf geachtet, dass ich den Boden so tief wie möglich halte und auch so wenig Platz wie möglich an der Decke verschwende. Es kann sein, wenn ihr hier viele Sachen hinbaut, dass ihr dann sehr viel an Höhe einboost. Ja, der Wassertank ist 20 Liter groß und reicht locker über einen Monat. Halt wegen der kleinen Fußpumpe, die ich bereits vorher erwähnt hatte. So, noch zur Komfortabilität und Temperaturen. Sommer- und Wintermäßig. Wenn es mal super heiß ist, mache ich immer die Deckenlüftung an und lasse vorne die Fenster einen Spalt offen. Die vorderen Gardinen ziehe ich dann auf und lasse auch das Sonnenlicht rein. Wenn es draußen hell ist, sieht man mich hier drinnen eh nicht. Dann brauche ich auch kein Licht drinnen anmachen. Wenn es super kalt ist, befinde ich mich meistens hinten im Raum und mache die Heizung an und setze mich auch gerne mal da drauf. Da, wo die Heizung endet, da kann man halt auch sitzen. Kommt man gerade aus den verschneiten Bergen ins Auto rein, wärmt die Knochen sofort auf. Das ist echt perfekt, als würde man an einem Feuer sitzen. Es gab zu Winterzeiten einmal die extreme Fälle, da konnte ich die Heizung nicht betreiben, weil es so lange düster war und der Schnee die Solarpanel bedeckt hatte. Entweder habe ich dann den Motor angemacht und die Batterie halt mit dem Ladebooster aufgeladen oder ich habe dann so viele Klamotten angezogen, bis es dann irgendwann passt. Es gibt mehrere Faktoren, die man beachten muss, aber es gilt, das Prinzip, je kleiner der Raum, desto leichter ist dieser aufzuwärmen. Das erkläre ich alles in einem eigenen Video noch. Noch eine Sache zum Thema Wärme. Im ganzen Raum sind kleine Teelichthalterungen verbaut, da sich herausstellt, dass auch schon fünf Teelichter den Raum merklich erwärmen können. Außerdem geben die flackenden Lichter ein romantisches Feeling und bringen Bewegung in die Bude. Nur sind halt Teelichter meiner Meinung nach fast schon zu gefährlich, um die in einem Auto zu betreiben, weil das Auto gerne mal wackeln kann und etwas umfallen kann und hier natürlich alles aus Holz gebaut ist. Also würde ich eigentlich sagen, dass man es damit lieber lässt. Ich habe die selber auch selten angemacht. So, ja, ich denke, das war's. Wie gesagt, mache ich zu jedem Thema gerade noch Videos, um in Details zu gehen, welche Sachen ich ausprobiert habe und wie ich die Sachen gebaut habe. Mein Ziel auf dem Channel ist es, dir quasi alle Erfahrungen mitzugeben, sodass du selber den ganzen Stealthcamper nachbauen könntest. Bestimmt sogar noch besser als ich. So, wenn du irgendetwas sagen möchtest, immer in die Kommentare rein. Mich würde sehr interessieren, was du davon hältst. Und auch wenn irgendetwas unklar ist, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lese mir alle durch und kann bestimmt zu einem oder anderen Sache auch ein Video machen. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.